Ah ja, Mäuslein, Mäuslein, piep einmal. Und mittendrinne abgeschmiert hier wieder. Nicht abgeschmiert, aber abgebrochen. Hab ne Sekunde zu lange gewartet, das zu sagen. So, ist das nur wieder ein bisschen Muni einsam? Ich hoffe, die haben die richtigen Waffen nach. Gewehr. Gewehr! Wieso benutzt ihr ein Gewehr? Ich steh doch eh zu weit weg. Oh, nehm ich. Nehm ich. Ach, tot. Nehm ich. Nehm ich. Nehm ich. Hallo? Nehm ich. Oh, Bücher. Dictionary. Ein Wörterbuch. Ach ja. Ich find im Dunkeln immer die Knöpfe nicht. Höh. Angriff der Mülleimer. Hier war doch aber auch noch gerade irgendwas grün. Achso. Ach da, ne Pistole. Ähm. Ne. Hallo? Ne, der geht nicht zu öffnen. Oh, da noch eins. Oh, ich bin voll. So. Hm. Hat keiner mehr Spielzeug für mich. Gut. Hm. Ich hab versucht, Genevieve Aristidee zu erreichen. Sie ist die Präsidentin von Armekamp. Sie war definitiv nicht da, als Vettelsmänner die Anlage überfallen haben. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Vielleicht will sie nicht gefunden werden. Ja, vielleicht. Ist der doof. Quatscht der einfach los. Ich steh hier unter Druck. Ich erschrecke mich doch. Und drüben so ein alter Röhrenbildschirm. Wisst ihr? Und hier? Flachbild. LCD. Crouch ich gerade? Ne, ne. Kam mir gerade zu vor. Oh. Ja, ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja mal drunter schreiben, wenn ihr vier kennt. Ähm. Ich weiß nicht, wie man hier zwischen den einzelnen Granaten wechselt. Und ich wünsche falsches Drücken. Zum Schluss ärgte ich mich wieder selbst. Ja. Dinge, die gut laufen, sollte man beibehalten, ne? Hm. So. Zu viele Medi-Packs hier. Medi-Kids. Du? Medi-Kids. Bestimmt, weil ich auf Einfachs spiele. Ja, für die, die jetzt vielleicht erst reingeschalten haben. Ich spiele auf Einfach, weil ich sonst zu schlecht bin. Vermute ich einfach mal. Sag, sag. Oh. Ich wollte nur das Glas kaputt machen. Ich hab nichts gemacht. Und ihr habt nichts gesehen. Fällt gleich die ganze Tür raus hier. Was für ein Laden. Schlechte Wartungsarbeiten. Was ist das? Kentaro Industries. Nano. Was? Oh, Theater Production. Oh Gott, das hier unten kann ich gar nicht mehr lesen. Aber irgendeine blaue Kurve, die gefallen ist. Und dann wieder ein bisschen stieg. Und dann, naja. Aber eigentlich konnte es dann schlecht blieben. Schlecht wurde, schlecht blieb. Oh Gott. Habe ich gerade meine Dings an hier? Oh. Ne. Was wollen wir tun? Biological Hazard. Oh. Biowaffen. Oh. Alarm. Was? Safety? Group? Ne. Irgendwas. Kann man nicht lesen. Achtung. Das kann man lesen. Mehr aber auch nicht. Huch. Da auch gucken. Auch schlechter geworden. Achtung. Das stimmt was mit Feuer und so. Und was dann passiert. Was man machen muss. Mehr als Achtung kann man hier mal nicht lesen. Aha. Hochspannung. Wo? Lass mal gucken. Ah. Ich verblend war jetzt halt. Ich weiß. Da hinten ging es aber nochmal woanders lang. Wo lobe ich denn jetzt? Nein. Lass mich wieder zurück. Da ging es nämlich noch woanders lang. Ach ne. Ging es doch nicht. Ach ne. Es hat gerade geflimmert. Schon wieder. Also entweder flimmert das hier intern. Oder es ist irgendwas mit meinem Computer. Na ich vermute das hat was mit meinem Computer zu tun. Oh hier. Hier war der Dicke. Der Schipsmensch. Ich und ich erschieß dich gleich du dickes. Oh sie sind es. Ich dachte schon ich wäre erledigt. Oh ja gleich. Sie leben noch. Was nicht ihr Verdienst ist. Was machen sie hier? Die Aufzüge sind ausgefallen und überall sind Soldaten. Sie müssen ein Security Büro finden und die Sperre aufheben. Bleiben sie diesmal wo sie sind. Ehrenwort. Ehrenwort. Was ist der Fahrstuhl hier? Also doch erst mal hier lang. Hihi. Oh. Platinenflug. Die Platinen fliegen heute wieder tief. Warum zerdepper ich immer die Fenster? Ich weiß nicht. Mittlerweile ist es eine Art Fierritual. Oh. Oh. Habt ihr das gesehen? Das sah irgendwie cool aus. Hier spritzen gleich mal die Tabletten durch die Gegend. Aber das eine Glas, das da cool ist. Die haben sich dann alle so gedreht. Die Glasstücken. Hatte was. Angriff der Tiefflieger-Platinen. Da kommt mir bestimmt gleich wieder so ein Ding entgegen. Hier ist schon wieder so eine Mine. Was ist denn das für ein Ding? Was sind denn das für Minen hier? Ich kann keine mehr aufnehmen. Ich hab davon schon genug. Aber ich hab da momentan nur die anderen da. Die ich sofort werfen kann. Und die hier legt man ja irgendwie ab. Und dann tritt der Gegner drauf. Oh, hier wieder. Da fliegen wieder die Tabletten durch die Gegend. Da. Da. Der hat gerade noch gezappelt. Äh. Ja. Hallo? Hallo? Eeeh. Eeeh. Er wurde sehr verschlankt.